8.80 Uhr noch. Hier haben wir noch hinten einen LKW. Das sieht aus wie ein Kleinlaster. Oder? So ein Kleinlaster, ganz klein. Ganz klein, ganz klein der Laster. Oh, irgendwie putzig. Nein, ist das eben. Ich komme näher. Ich komme näher. Ich komme näher. Es kommt näher, es kommt näher. Von hinten dreht mir gleich den Arsch. Ich habe die zweite Kamera umgegangen. Ich komme näher dran. Auf 8km Staugefahr. Windstockplasse. Ich will heim. Ordnungräder, Also, 8.25 Uhr. Staugefahr mal hier. Auf 10.30 Uhr. 10. gestellt hat auf 15.25 Uhr. 10.45 Uhr. Schnauze. 0.75 Uhr. 5.25 Uhr. 0.45 Uhr. Wir gehen 650 Meter rechts ab die Hamburg-Schwerin, auf die A24 Rostock und Wittstock. Danke schön. Wow, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay, nice. Okay. 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 Moment, ich muss die Spiegelhautzen dazuschalten. Es geht gerade ein bisschen bergauf und wir halten es hier mit 3,80m, entlang 4,80m. Guck mal, da steht ein Kegel. Brenn dich noch. Er ist überholen. Brenn dich. Ja, ich fahre nicht schneller, Mercedes Fahrer. Ach, er will er. Er muss falsch rum, wenn er mit dem Tank gerade gefahren ist. In die LKW-Dankstelle. In die LKW-Dankstelle. Großen. Mahn's halt. Eieieieieieiei, warte, überhaupt nicht. Es gibt so komische Leute auf der Welt. Flosterstift zum Heiligengrabe. Da werde ich bald hingetragen. Aber nicht von der Arke. Streitet es euch. Schlagt euch sehr herrte Glutzee. Aveland Express, alles klar. Britzwalk. Äh, Fritz, ne, Britz. Ach, verheb ich nicht. Britzwalk. Meilenburg. Heiligengrabe. Was es nicht alles gibt auf der Welt. Es ist unglaublich. LKW-Dankstelle. Kingne Jacques. Matrasi. Das ist hier. Prostet. flawed. Die Liga. Das ist ganz schön. Wenn das ist, Oh, die Scheibenwischer. Das ist eine Kraft. Wer hat sie nur gemacht? Dritten Arsch, besseres Kraft. Für den Ingenieur, ich schwöre, Indianer irgendwo. Ganz ehrlich, die Scheibenwischer bei Mimiko sind der letzte Winz. Der letzte. Der allerletzte. Und deshalb proben wir mal. Alles, was ich habe, ist das hier. Kunde Pennymarkt für DHL-freie Hannover fahren wir übrigens gerade. Auch nicht schlecht. Dankeschön. 16.45 Uhr. Ich bin zum Ankommen. Ungefähr. Und wir liefern pünktlich aus. Wir waren eigentlich um 12 Uhr gemeldet. Aber er hat gesagt, nein, wir waren nicht angemeldet. Deswegen sind noch keine Papiere da. Deswegen habe ich auch nur die Kopien bekommen. Bäh. So wie zu dem Demer. Ja, damit muss man rechnen. Ja, damit muss man rechnen. Ja, damit muss man rechnen. Ja. Ja. Ja, damit muss man rechnen. Ja, damit muss man rechnen. Ja. Ja, ja. Die Spiegel sind wieder frei. Ja, da muss man rechnen. Nein. Eins, zwei Stück stehen. Zwei Windräder. Der Rest dreht sich. Wie die Sau. Zwei Windräder hier. 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 Zwei Windräder. Zwei Windräder. Zwei Windräder. Ich glaube, die haben da ein bisschen was falsch gemacht. Der Schild bedeutet auf sechs Kilometer, nicht in sechs Kilometer, sondern auf sechs Kilometer. Wenn aber erst die Bausteine in sechs Kilometer anfängt, dann ist das Schild falsch. Sechs Kilometer plus die Pfeile links und rechts heißt auf sechs Kilometer. Dann gefüttert hier die Tauben und Händen oder was? Mit alten Brotresten. Das sieht man nicht mehr. Naja, wurscht. Und die Schild nochmal. Drei Kilometer. Auf vier Kilometer. Auf vier Kilometer kommt die über die Leitwerke auf die Autobahn, natürlich. Oh oh, einsprich. Ich sehe es. Oder? Heißt das einsprich? Oder Baustelle? Baustelle. Baustelle. Wir bauen für Sie. Ja, wir bauen für Sie. Körbe. Und dann muss die Körbe microw Cen. Na also, wir bauen für Sie. outra Again. Die Körbe.